Es muss jetzt für einen Moment vielleicht etwas anderes tun als Party zu machen. Die Situation ist ernst und es ist jetzt der letzte Moment, wo man das wirklich verstehen sollte. Bleiben Sie zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Meine Damen und Herren, ich muss am Ende verholen. Diese Krise braucht allen, jeden einzelnen von uns. Distanz halten, Hygiene einhalten. Nehmt diese Maßnahmen ernst, 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 ernst. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. Rest ihr a la mesur. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. Vermeiden Sie Kontakt mit anderen Personen. Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, in allen Regionen des Landes die Entscheide des Bundesrats zu befolgen. Alle. Alle. Die Maßnahmen, die wir nun getroffen haben, sind nur wirksam, wenn jede und jeder sie umsetzt, wenn jede und jeder Abstand hält. AfD sozusagen. Ja, naja. Lewin die Behinderしa kaupći nana in anderen Regionen. Meine Frau Präsidentin, Sie haben eine Verheilung. Jetzt braucht es einen Luch. Wann können wir sie verwältigen? Distanz halten, Hygiene einhalten. Nehmt diese Maßnahme ernst, ernst, ernst. Bleiben Sie zu Hause, 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 bleiben Sie zu Hause. Rest Sie a la mesur. Bleiben Sie zu Hause, 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 vermeiden Sie Kontakt mit anderen Personen.